Einen schönen Gruß an die Kollegen, das können Sie mich selber fragen, wenn ich in England bin. So, jetzt sind wir hier in Deutschland und ich gebe jetzt hier keine Antworten auf Englisch. Relativ einfach. Ich sehe die relativ oft übrigens. Also es soll nicht so schwer sein, mich das Freitag zu fragen. Okay, in England... Soll ich das auf Deutsch? Mir ist völlig wurscht. Also in Deutschland ist, in England, the Europa League is not considered to be quite as important. Don't forget the important parts of the answer, please. Kollegen von Sky können auf Englisch fragen. Mittlerweile verstehe ich die Übersetzung, nehme ich.